Musik Für mich ganz besonders, weil das ist mein erstes Konzert mit dem Chor hier in Berlin ist, ja, und ich hoffe mal, das wird schön heute. Es ist halt auch sehr voll immer, weil das Konzerthaus sehr groß ist und das Orchester ist auch ziemlich gut, ja, da freue ich mich schon drauf. Der Kreuzchor singt seit, glaube ich, 50 oder 60 Jahren, immer in der Adventszeit hier, seit 1984 in diesem wunderbaren Haus. Von daher haben wir da große Routine, aber wir wissen auch, wie hoch hier die Erwartungen sind. Der Kreuzchor wird in Berlin sehr geliebt. Musik Also ich habe den schon einmal gehört, den Chor, und fand den jetzt auch wieder sehr schön, sehr passend für die Weihnachtszeit und mir sehr gefallen. Weihnachtslieder immer Kindheitserinnerungen, also sind mit Kindheitserinnerungen verbunden. Und zweitens, ich finde, der Chor transportiert auch Emotionalität. Vor allen Dingen diese hohen Töne von den kleinen Kindern, das geht einem so ins Herz, ja, und dann schwebe ich direkt davon, ja. Musik Applaus Vielen Dank.